Kapitel 3 Der Metalltod Zumindest sieht sie ruhig aus. Ja, mach mal. Die mach ich kaputt. Die mach ich einfach kaputt. So, jetzt warte, 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 warte. Hey, hey, nicht so schnell, nicht so schnell. Hier waren noch irgendwelche Kugelchen. Genau. Was ist das? Nein. Wir machen nicht voran. Wir machen uns erstmal hier die da. Und natürlich die da. Weil wir können uns geilen Scheiß dafür kaufen. In der letzten Folge haben wir ja gegen so einen fetten Typ gekämpft. Ist hier auch noch irgendwas hinten dran? Nein. Ähm. Und da hatten wir so ein bisschen so Diskussion über das Leben in einem geschlossenen Ökosystem. Und das ging wohl für das geschlossene Ökosystem nicht so gut. Nämlich für die Fische. Ähm. Und wir hoffen mal, dass wir die Familie von Trip in ihrem geschlossenen Ökosystem ähm, die ganze Sippe sogar. Nicht nur die Familie. Äh. Dass wir die dort anfüllen. Eieiei, gibt's hier Kugeln? Oho. Kugeln. 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 Ja, jetzt. Stress mich nicht so. Ich muss Kugeln sammeln. Hallo. Guck mal, wie viele Kugeln. Ich muss mir doch wieder geilen Scheiß kaufen. Übrigens, wie konnte ich das denn nochmal? Genauso. Dann kauf mir doch gleich mal einen geilen Scheiß. Ähm. Mathe. Und zwar war doch der Schuss auch nicht schlecht. Emmo Inquise. Ähm. Hüi, das kostet ja ganz viel Scheiß. Echt kostet das. Oder einfach noch mehr Leben. Weil letztes Mal habe ich auch echt, äh, gut gekämpft. Und hatte trotzdem ziemlich wenig Leben. Ja, ein bisschen mehr maximales Leben, glaube ich. Ist nicht schlecht. Kann ich noch irgendwas kaufen? Hier Nahkampf vielleicht? Da hier doch eigentlich eher den Nahkampf benutzen? Nee. Oder so ein Schild. Schild Recharge. Ja, komm, komm, wir sagen mal. Und dann habe ich nur noch 1250 Kugeln. Ah, nee, stopp. Viel lang, oder? Nein. Ah, doch, viel lang. Entschuldigung. Verwirrt. Da ist noch mehr Kugeln draußen. Ganz viel Kuh. Und ihr seht jetzt oben links auch, wie mein Leben hochgegangen ist. Das ist sehr schön. Freut mich sehr. Hüpp. Hm. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Hier vielleicht? Oder muss ich da von oben? Ich muss bestimmt hier an der Balustrade entlanglaufen. Machen wir das doch gerade mal. Wir gehen gleich weiter. Keine Angst. Äh. Hallo? Wie kommen wir hier da drüben hin? Doch von unten irgendwo. Oder aus dem Fenster? Aus dem Fenster. Okay. Ich muss da nochmal rein. Und hier habe ich übrigens eh eine Kugel vergessen. Hüpf. Na komm. Hüpf. Hüpf. Kommst du hinterher? Nicht, dass sich irgendwann die Max angreifen. Und nicht aus dem Fenster. Ach, da oben ist eh noch was. Wie habe ich denn das übersehen? Ah, hier. 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 Komm. Hüpf hoch. Und dann rechts hoch. Und dann ziehst du dich einfach wieder hoch. Oh. Geil. Jetzt habe ich schon zwei Plasma wieder. Also zweimal Fernkampf. Da liegt nichts mehr, oder? Ne. Okay. Dann gehen wir hier runter. Wenn wir denn dürfen. Ja. Dürfen wir. Gut. Dann gehen wir hier wieder hoch und sammeln auf der anderen Seite die Kugeln ein. Und dann können wir vielleicht die vielleicht doch umgehen. Ah ne. Trip kommt ja hier nicht hoch. Da drüben liegen nochmal. Fernkampf Munition nehme ich mit. Gut. Dann würde ich mal sagen. Nein, ich mach dich kaputt. Ach so. Du bist jetzt echt auch schon da oben. Nein, Typ. Ich mach dich kaputt. Jetzt werfe ich dich erstmal rüber. Sonst meckerst du ja eh die ganze Zeit. Mit eh. Und dann... ...schmeiß ich dich da rüber. Die kann auch nichts. Und jetzt gehen wir hier runter. Na komm Monkey. Nein, da runter. Bumschakalaka sag ich dazu nur. Na, habt ihr euch... Habt ihr mich erwartet. Ey, was ist eigentlich für ein Schild? Oh je. Aufgeladen ist schon lang. Das geht doch. Was habt ihr für ein Schild? Ja, dann sollen sie halt... Ah, der da. Man muss sich erstmal den erledigen. Okay, der ist kaputt. Stimmt. Ich hab' angezeigt. Wer, ähm... Oh, chill, 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 chill. Ah, ah, hab ich verwirrt, gell? Ja, ja. Ich auch. Und... In die Presse. Also, Kripp, ging doch. Puh. Erstmal Leben einsammeln. Die hat sich grad teleportiert. Ich hab's genau gesehen. Aber ist gut, dass sie mir immer sowas sagt, wenn die Reinforcements holen. Da liegt es nochmal Leben. Die drei waren aber auch schon ein bisschen härter. Komm, Kripp, durch. Von wegen Dead End. Aber jetzt komm ich auch nicht mehr zurück. Ja... Ja, ja, mach ich. Coolen, weißt du? Coolen gehen vor. Wie witzig ist sie, dass sie immer erst hochnimmt und dann nochmal absetzt, um sie zu werfen. Und wir? Hm, da liegen Dosen drin. Ah, hier. Und Kripp, und Kripp. Warum versuchen die Mechs zu uns zu töten? Das ist alles, ich weiß. Wir müssen weitergehen, es ist nicht sicher. Okay, ich hab jetzt das Gespräch nicht ganz verstanden. Ich glaub, da hat ein bisschen was gefehlt. Er hat gesagt, ähm, das ist alles, was er weiß, aber er hat gar nichts gesagt. Naja, gut. Ja, was ist das? Sieht aus wie ein Feuerlöscher. Wow, das ist ein Energieserum. Sie sollten Ihren Wundern helfen. Ich schau immer ein bisschen nach Kugeln. Denn Kugeln sind doch, glaub ich, wichtig in diesem Spiel. Und uns fehlt noch eine Wolke, fällt mir gerade ein. Er hat doch auf dem Schiff, von dem wir geflohen sind, gleich am Anfang Kapitel 1, hat er doch gesagt, dass seine Wolke nicht funktioniert. Da bin ich auch mal gespannt, was da so geht. Was er mit der Wolke meint. Ja, ich werf dich da rüber, ist okay. Na komm, hier hin und werfen. Oh, oder springen. Okay. Okay. Are you okay? You didn't see him. Monkey, there's nothing there. I must be going crazy. Was war das denn für eine Vision? Wir waren in irgendeinem Büro kurzzeitig. Was hat das damit zu tun? Ich hoffe, das finden wir noch heraus. Ich glaube nicht daran, dass wir Halluzinationen haben. Das war irgendwie... Irgendwas ist in unserem Kopf los, was vielleicht dieses Kopfband auch noch hervorholt. Und dann war es bestimmt irgendeine Vision oder... Oder vielleicht auch Vergangenheit, irgendeine Erinnerung oder... Keine Ahnung. Hm. Kugeln! 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 Oh, hier geht's weiter. Okay. Schon cool. Ja, der hat ein Schild. Oh, 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 oh. Ups. Ja, aber da soll ich doch drauf schießen, heißt es hier. Okay, ich krieg nichts. Zwei Schuss umsonst rausgehauen. Ähm. Oh, nicht sein... Nicht, ich will da. Ich will das holen und dann will ich hier verstecken. Boah, da sind noch so viele Kugeln. Nicht, dass ihr mich sieht. Okay. Ja, dann bitte nochmal ablenken. Und ich hol mir hier die Kugeln. Und dann verstecke ich mich hier hinten dran. Hol ich dir hier direkt rüber? Na, wieso darf ich mich nicht da hochschauen? Ja, genau. Genau, du mich auch. Hey, wo denn? Wo denn? Hey, hey, hey. Ah, hier drüben. Hier, hier, spring. Siehst du mich? Ja, oder? Okay. Puh, wir warten kurz, bis die Koi wieder aufgeladen ist. Und weiter geht's. Und immer schön weiter. Immer schön weiter. Und hinten dran, hinten dran, hinten dran. Wir gehen schön hinten dran. Komm, fallen lassen. Ja, hier rüber. Und dann gehen wir von hinten dran. Oh, fuck. Wer denn? Wo denn? Oh. Nice. Na, noch einer? Noch irgendwo einer? Oh, du hast es geschafft. Okay. Jetzt, geh zu der Strecke und schau sie runter. Boah. Richtig schwerfällig dreht er sich hier um. Oh. Na, cool. Wie kann ich die jetzt wieder ausziehen? Oh, geh mit dir. Hüpf. Und. Hüpf. Oh, cool. Ähm, ich will doch das... Okay, ich muss wieder hoch. Ich muss wieder hoch. Ich merke schon, ja. Was? Wieso bin ich jetzt da hin? Okay. Ich muss wieder zurück. Ich bin dumm. Hüpf. Und. Hüpf. Und. Hüpf. Na, na. Jo. Und nu? Darüber irgendwie. Hä? Wieso darf ich da jetzt nicht dran springen? Hä? Ich muss doch da rüber springen. Hä? Ist hier irgendwas dran? Hä? Bin ich jetzt grad dumm oder so? Ah, hier muss ich hoch. Ah. Also hätte ich ja doch hier lang müssen. Na komm. Hier rüber. Und dann hier drauf. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Und alle. Hopp. Und ich drücke ihr, um sie rüber zu lassen. Ja, ähm. Jetzt kommen wir hoch. Äh. Hallo? Trip? Trip? Hallo? Hallo? Ich kann nicht zuhren. Ich kann nicht mal Escape drücken, um ins Menü zu kommen. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut.